Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch von Magnum Feuerwerk den Backfire Rootbox verbunden. Wir haben hier wunderschöne 100 Schuss, ein brachiales Gerät. Wir gucken hier einmal rein, richtig schön. Wir haben hier vier fertig verleitete Batterien. Wir besitzen hier eine Gesamt-NEM von anderthalb Kilo, also 1500 Gramm. Selbstverständlich in F2 aus der 2020er Charge. Ich bin sehr gespannt, wie die Cake sein wird bzw. der Verbund. Und ich würde sagen, wir snacken nicht viel drum rum. Wir zünden das Ding jetzt und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß, Leute. Magnum Backfire Rootbox. Magnum Backfire Rootbox. Untertitelung des ZDF, 2020 Haltes Teil!